Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit, letzter Schluss. Heute geht es um OnCast, also quasi sende sich selbst so einen Twitch zum Selbermachen. Das Ganze habe ich mir angeguckt für unsere Kieler Open Source und Linux Tage hier gespiegelt im Bild, damit wir einen zusätzlichen Kanal haben für alle Leute, die zum Beispiel kein YouTube mögen und trotzdem gucken wollen, was es bei uns so gibt. Unsere Kieler Open Source und Linux Tage finden dieses Jahr vom 15. bis zum 17. September statt. Der 15. ist unser Linux Presentation Day, das ist so ein quasi Nachmittag und dort geht es um Einsteigervorträge und ja, für Umsteiger und Einsteiger. Dann haben wir an den zwei weiteren Tagen unsere ganz normalen Kieler Open Source und Linux Tage mit Vorträgen und Workshops und neu ist dieses Jahr, dass wir eine Hybrid-Veranstaltung haben, also es wird hoffentlich, soweit wir das dürfen, was vor Ort in Kiel stattfinden und zudem für alle anderen, die nicht vorbeikommen wollen, obwohl Kiel immer eine Reise wert ist, da gibt es das Ganze eben auch online und es gibt auch Vorträge und Workshops, die es bloß online gibt, für Referenten, die halt nicht nach Kiel kommen. Und ja, so hoffen wir dieses Jahr das Beste aus beiden Welten zu verbinden. Mal gucken, wie es klappt. Und Uncast ist dabei ein weiterer Baustein, wie wir das Ganze so ein bisschen zugänglicher machen können Richtung Internet. Uncast, ja was ist das überhaupt? Ich habe es ja so ein bisschen angekündigt als so ein Twitch zum Selbermachen. Das ist es letztendlich auch, allerdings hat man eben nur einen Stream, den man über OBS dort reingibt und dementsprechend gibt es auch bloß einen Stream, den man sich dann angucken kann über so einen Web-Video-Player. Uncast enthält diese ganzen Server-Komponenten, also das Entgegennehmen von dem RTMP-Stream, das eventuell nochmal neu aufbereiten für weitere Bit-Raten oder andere kleinere Auflösungen und diesen Web-Video-Player, das ist da alles in einem, ja relativ kleinen System mit bei. Diesen Video-Player könnt ihr auch über iFrame in eine eigene Webseite einbinden oder ihr gebt halt die URL nach draußen und dann kann man direkt darauf zugreifen. Das Ganze könnt ihr auch per CSS noch ein bisschen aufhübschen, wie ihr das möchtet und ein eigenes Logo vergeben und so ein bisschen anpassen. Dabei gibt es auch noch einen Chat, so einen Web-Chat, sodass sich die Zuschauer auch da unterhalten können. Also wirklich so ein bisschen so wie Twitch, bloß dass man das bloß für sich selbst macht. Darum heißt es eben auch Uncast, also mein eigenes Sende-Dingsbums. Dann allgemeine Informationen dazu. Die Projektseite gibt es eben unter Uncast Online. Dann gibt es so eine Schnellinstallationsanweisung. Da habe ich mich so ein bisschen daran orientiert oder vielmehr das benutze ich eben auch für mein Skript, was ich nachher vorstelle. Und dann gibt es auch noch weitere Informationen, wie man jetzt ein Reverse-Proxy einsetzt, damit man über eine SSL-verschlüsselte Verbindung auf den Uncast zugreifen kann. Denn Uncast selbst kümmert sich nicht um SSL-Verschlüsselung. Also Let's Encrypt und sowas, das ist dem komplett fremd. Dafür braucht man ein Reverse-Proxy. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe hier jetzt aus der Doku mal den Apache rausgenommen. Das ist das, was ich bei mir auch verwenden werde, beziehungsweise das, was wir für unsere Kilo Open Source und Linux Tage auch brauchen. Dann gibt es noch Caddy. Das ist eine relativ kleine Lösung, die sich um dieses Reverse-Proxy-Problem kümmert. Also ist kein Web-Server, sondern bloß ein Server, der quasi zum Internet offen ist und dann guckt, welche URL der Benutzer anfragt und dementsprechend die Verbindung umleitet auf Uncast oder was anderes und sich auch noch um Let's Encrypt kümmert. Für diejenigen, die das interessant finden, Uncast ist in Go geschrieben. Das ist eine quasi noch relativ neue Programmiersprache. Relativ ist immer relativ bei sowas. Und das Ganze liegt schon mal vorkompiliert für verschiedene Plattformen vor. Also für verschiedene Linux-Systeme oder eben auch für den Raspberry Pi. Darauf habe ich es auch probiert. Funktioniert wunderbar. Mit dem Umkomprimieren in verschiedene Auflösungen und Bitraten. Na gut, muss man ein bisschen aufpassen. Raspberry Pi ist nun kein hochgradig super Server, der halt viele verschiedene Auflösungen gleichzeitig brechnen könnte. Also übertreibt es darauf nicht. Und wenn ihr es wirklich ernst meint, werdet ihr höchstwahrscheinlich auch einen richtigen Server haben, den ihr ins Internet gestellt habt, beziehungsweise dass ihr so einen gemietet habt. Und der sollte das eben auch können. Kommen wir zu meinem Installations-Skript. Das Ganze findet ihr in den Folien verlinkt hier drunter. Da könnt ihr es runterladen und auch selbst verwenden. Wie immer bei diesen Sachen, wenn ihr Skripte aus dem Internet runterladet, guckt ihr lieber nochmal rein. Denn ihr werdet das Ganze mit Hutrechten ausführen. Mein Skript hat so ein paar Voraussetzungen. Ihr braucht eine ungenutzte Subdomain. Also wenn ihr jetzt Example.com habt, was euch natürlich niemals gehören wird. Aber falls ihr das habt, könnt ihr zum Beispiel sagen live.example.com. Das wäre jetzt die Subdomain, die für OnCast verwendet werden soll. Und diese Subdomain müsst ihr natürlich auch bei eurem DNS-Anbieter, also das ist meistens der Hoster, wo ihr auch eure Domain gekauft habt oder gemietet habt. Da könnt ihr halt Subdomains anlegen und dann müsst ihr die halt in der Oberfläche eben auch einmal eintragen, damit ihr auch eine gültige Subdomain habt. Dann gehe ich davon aus, dass ihr den Sertbot von Let's Encrypt habt. Der wird in meinem Skript aufgerufen, damit der umkonfiguriert werden kann. Und ich gehe auch davon aus, dass ihr einen Apache-Server benutzt, also den Web-Server, dass der schon lauffähig ist, dass der installiert, konfiguriert ist und mindestens eine Domain über Let's Encrypt verschlüsselt ausliefert über SSL. Mein Skript macht jetzt folgendes. Ich lege einen neuen Benutzer an, der nur für diesen OnCast-Service benutzt wird. Dann wird OnCast mit dem Skript, was das OnCast-Projekt bereitstellt, installiert. Dann erstelle ich ein System-D-Service, damit OnCast bei jedem Neustart von diesem Server auch wieder mitgestartet wird. Dann wird der Apache so konfiguriert, dass es ein Reverse-Proxy wird zu dem OnCast, sodass man von außen auch wirklich darauf zugreifen kann. Ansonsten ist OnCast so konfiguriert, dass man nur intern darauf zugreifen kann und das bringt uns ja nichts. Und abschließend wird noch ein Zufallspasswort für den Admin-Benutzer beim OnCast angelegt. Und dieses Passwort ist gleichzeitig auch noch euer Stream-Key. Der Stream-Key ist eine Absicherung für eure Streams, sodass nicht irgendjemand unter eurem Account was senden kann. Also den dürft ihr auch halt niemals rausgeben. Und das ist bei eigentlich allen Stream-Plattformen so. Also das ist bei Twitch so, das ist bei YouTube so und das ist bei OnCast auch so. Den dürft ihr niemals rausgeben. Und die haben das eben so gemacht, dass das hier der Admin-Benutzer und der Stream-Key, dass die halt zusammengehören, dass es dasselbe Passwort ist. Schauen wir uns mal an, was ich dort gebaut habe. Das Skript funktioniert nur auf Systemen, die APT als Paketmanager verwenden. Also Debian und Raspberry Pi OS habe ich ausprobiert. Unter Ubuntu, Linux, Mint und Co. wird es wahrscheinlich genauso funktionieren. Über das APT-Update hole ich mir erstmal eine Liste mit verfügbaren Software-Paketen, damit die aktuell ist. Denn wir wollen gleich ein bisschen was installieren. Das ist nämlich auch schon der nächste Schritt hier. Da werden verschiedene einzelne Pakete installiert. Curl ist was zum letztendlich Runterladen von Dateien. Unzip zum Entpacken von Dateien. Da ist nochmal sowas ähnliches, ein bisschen anders. PwGen, das generiert Zufallspassworte. Dann habe ich hier eine Liste mit verschiedenen Variablen. Die könnt ihr anpassen zum Teil. Teilweise müsstet ihr auch anpassen. Den Benutzer, unter dem OnCast laufen soll. Der wird neu angelegt. Ich habe den bei mir OC genannt. Ihr könnt ihn auch sonst nennen, wie ihr lustig seid. Dann die System-D-Service-Datei. Die, ja, so weit würde ich es gleich lassen. Wenn ihr einen anderen Namen statt OnCast haben möchtet, macht das wie ihr meint. Das Add ist wichtig. Das brauchen wir, um diesem Service sagen zu können, unter welchem Benutzer das ausgeführt wird. Dann kann man theoretisch auch verschiedene Benutzer für diese Service-Datei benutzen. Das habe ich ja noch nicht komplett ausgeführt. Aber für unsere Kilo Open Source und Linux-Teile, da überlege ich mir noch was, so dass ich verschiedene OnCast-Instanzen auf demselben Server laufen lassen kann. Wichtig ist die Domain, beziehungsweise die Subdomain, unter der das Ganze laufen soll. Das müsst ihr auf jeden Fall anpassen. Dann haben wir hier die Konfigurationsdatei von Apache, die beschreibt, wie diese OnCast-Subdomain verwendet werden soll. Dann die Variable, die festliegt, auf welcher IP-Adresse OnCast auf Verbindung lauschen soll. Diese 127.0.0.1. Das ist Localhost. Das ist eine virtuelle Netzwerkschnittstelle, die nicht nach außen geht, die innerhalb von dem Server verfügbar ist, damit Prozesse untereinander darüber kommunizieren können. Und wenn es so gesetzt ist, kann man von draußen halt niemals darauf zugreifen. Das solltet ihr so lassen, wie es ist. Ansonsten könnte jeder unverschlüsselt darauf zugreifen und das wollt ihr höchstwahrscheinlich nicht. Darum brauchen wir nachher diesen Reverse-Proxy. Das könnt ihr prinzipiell aber auch anders machen. Ihr könnt zum Beispiel vielmehr die 0 angeben. Dann wäre dieser OnCast verfügbar, auch über alle anderen Schnittstellen, die in diesem Rechner drin sind. Also auf physikalische Netzwerkkarten und wäre dann auch im Internet unter dem gewählten Web-Port, den ich jetzt mal hier so gesetzt habe, auch verfügbar. Würde ich eher nicht machen. Der Reverse-Proxy ist da die bessere Variante. Aber ihr müsst wissen, was er tut. Der Web-Port ist dafür da, dass man auf die Admin-Oberfläche zugreifen kann und auch auf diesen Web-Player. Also dieser Port, der muss irgendwie nach draußen gebracht werden und das normalerweise über den Reverse-Proxy. Anders ist es mit dem RTMP-Port. Das ist die Port-Adresse, über die ihr euren RTMP-Stream von OBS und Co. anliefert. Das ist immer nach draußen hin offen. Da braucht ihr kein Reverse-Proxy. Also das muss schon so sein, dass man von draußen mit einer Netzwerkschnittstelle darauf zugreifen kann. Da müsst ihr eventuell noch Firewall-Regeln anpassen, sodass dieser Port, den ihr hier gewählt habt, den könnt ihr natürlich beliebig anders machen. Der Standard-Port von OBS und RTMP ist normalerweise ein anderer. Und wenn ihr verschiedene Instanzen von dem OnCast laufen lassen wollt, braucht ihr auch verschiedene RTMP-Ports, die nach außen offen sind. Und bei verschiedenen Instanzen braucht ihr auch verschiedene interne Web-Ports, die ihr denn über verschiedene Reverse-Proxy-Einstellungen nach draußen gebt. Vielleicht mache ich noch mal ein weiteres Video, wenn ich da so weit gekommen bin. Unseren Stream-Key, der gleichzeitig das Passwort für den Admin-Benutzer ist, lasse ich einmal auswürfeln über pwgen. pwgen macht Zufallspassworte mit verschiedenen Längen. Ich sage hier 32 Zeichen möchte ich gerne haben. Und das hier bedeutet, ich möchte bloß ein Passwort generiert haben. Normalerweise generiert pwgen gleich einen Haufen Passworte, aber ich möchte bloß eins haben. Dann als nächstes lege ich den Benutzer an, den wir oben definiert haben. Der kann eben anders heißen, wie ihr das gerne hättet. Und da werden normalerweise über Ad-User so Fragen gestellt, in welchem Büro ich sitze und so verschiedene einzelne Dinge, die für das Anlegen von diesem Benutzer eigentlich total egal ist. Darum verwende ich hier dieses Programm Yes. Yes gibt Yes zurück. Und damit wird diese ganze Abfragerei, die Ad-User macht, einfach übersprungen. Beziehungsweise diese Fragen, die dort gestellt werden, die werden durch Yes einfach jedes Mal beantwortet. Und dann sind wir durch. Und dabei wird das Passwort auch auf Yes gesetzt. Ist natürlich blöd. Damit wir ein besseres Passwort haben, was auch sicher ist, verwende ich jetzt nochmal denselben Trick quasi. Ich generiere 128 Zeichen mit pwgen. Dann habe ich so ein Passwort, was man höchstwahrscheinlich niemals erraten kann in endlicher Zeit oder beziehungsweise in machbarer Zeit. Und dieses Passwort setze ich über passwd bei unserem Benutzer und verwende quasi nochmal denselben Trick. Gebe über Yes jetzt nicht einfach Yes aus, sondern das Passwort. Denn passwd fragt zweimal nach dem Passwort. Gib mir ja das Passwort. Dann kriegt man einmal dieses tolle Zufallspasswort da reingeschoben. Und dann fragt passwd nochmal. Ja, ja, zur Sicherheit dasselbe Passwort nochmal. Und dann sagt Yes hier, ja, ist nochmal dasselbe. Und dann ist das auch durch. Dann haben wir das Passwort, das zufällige Passwort bei unserem Benutzer auch gesetzt. Dieser Benutzer ist nicht dafür gedacht, dass man sich damit wirklich einloggen kann. Darum habe ich da ein Zufallspasswort gesetzt. Ihr könnt das natürlich auch anders machen, wenn ihr das anders haben möchtet. Wenn ihr in die Verlegenheit kommen solltet, dass ihr euch da wirklich mal einloggen müsst, dann könnt ihr euch als Hut erstmal auf dem System anmelden. Und dann könnt ihr euch mit sudo bzw. su zu diesem Benutzer machen, den ihr oben definiert habt. Jetzt überprüfe ich nochmal, ob dieser Benutzer auch wirklich vorhanden ist. Falls da irgendwas bei diesem Automatismus gescheitert sein sollte, was so nicht erkannt wird, dann fliegen wir ja an dieser Stelle auch mit einer Fehlermeldung raus. Dann müsst ihr gucken, woran das liegt. Dann kommen wir zum offiziellen Owncast Installationsskript. Und das müsst ihr quasi entscheiden, ob ihr das so machen wollt. Das ist quasi das größte Sicherheitsproblem bzw. Risiko an der Sache. Ihr solltet das Skript auf jeden Fall vorher einmal runterladen, euch in Ruhe einmal angucken, was dort drin steht und dann entscheiden, ob ihr das wirklich machen möchtet. Ich habe mir das relativ lange auch angeguckt. Es steht eine Menge drin, was dekorative Installationen macht. Da habt ihr so einen Propeller, der dann da rotiert und farbliche Kennzeichnung von verschiedenen Schritten. Aber an sich macht es gar nicht so viel. Es lädt letztendlich eine ZIP-Datei runter, entpackt die und konfiguriert so ein klein bisschen. Aber es ist jetzt auch nichts Weltbewegendes. Aber guckt da Sicherheitshalber mal rein. Ich habe für mich jetzt entschieden, dass ich das als sicher ansehe. Ich könnte das Skript natürlich auch einmal runterladen, irgendwo hinpacken, gut verwahren, dass ich immer das nehme, was ich kenne. Denn da kann sich jederzeit ja unter der URL auch alles mögliche ändern. Ist nicht ausgeschlossen. Aber für meine Zwecke sehe ich das jetzt erst mal als sicher an. Und damit das Ganze nicht als root ausgeführt wird, verwende ich sudo und meinen Benutzer. Denn owncast lege ich in meinem eigenen Benutzerverzeichnis an. Da wechsle ich einmal rein und führe dieses Skript mit Bash aus. Dann rotiert das ein bisschen, guckt sich an, wie das System so ist, was da drunter ist. Und lädt eben diese ZIP-Datei runter, entpackt die und macht so ein bisschen Kleinkram dazu. Damit ist es das eigentlich auch schon gewesen. Und dabei wird auch geguckt, was für eine Plattform ich habe. Wenn ich ein Raspberry Pi habe, dann wird das vorkompilierte für den Arm verwendet. Wenn ich jetzt x86 habe, dann wird höchstwahrscheinlich die 64-Bit-Version. Ich weiß nicht, ob sie eine 32er haben, keine Ahnung. Aber auf meinem Server habe ich eben 64-Bit-System drunter. Und das wird dementsprechend auch runtergeladen und entpackt. Als nächstes schreiben wir die System-Service-Datei in die Datei, die oben definiert ist. Das ist denn die hier normalerweise. Das Add ist wichtig und dort gibt es verschiedene einzelne Einstellungen. Dieses User gleich %i. Da wird das %i durch das gefüllt, was nach dem Add steht. Hier unten steht das auch schon. Da wird dieser Service mit dem Benutzer, also OC in meinem Beispiel, gestartet. Dann läuft das Ganze halt unter dem Benutzer, den ich angegeben habe. Wenn ich jetzt noch einen weiteren Benutzer hätte, OC2, dann würde das hier mit OC2 gefüllt. Und dann läuft das halt unter dem anderen Benutzer. Genauso ist es mit dem Arbeitsverzeichnis, was durch diese Variable definiert ist. Und hier auch nochmal und dann verschiedene weitere Variablen, die ich hier angebe. Also von oben kommt wieder die IP-Adresse von unserem Server, normalerweise Localhost. Der Webport, der RTMP-Port und am Anfang steht auch noch der Stream-Key bzw. das Admin-Passwort direkt dort drin. Nachdem ich die Service-Datei geschrieben habe, wird der Service einmal gestartet unter dem Benutzer, den wir definiert haben. Dann habe ich hier so eine Schleife, die überprüft, ob der Service gestartet wurde. Also System, CTL, Status und der Service hier. Das gibt als Rückgabewert 0 zurück, wenn das funktioniert hat. Und dieser Rückgabewert steht hier in $? Und diese Warteschleife, eine Sekunde warten, überprüfen, wie der Status ist, wird so lange wiederholt, wie er not equal, also nicht 0 ist. 0 bedeutet, das hat alles funktioniert und jede andere Rückgabewert heißt, ja, irgendwas hat nicht geklappt. Jetzt ist einmal Owncast gestartet als Service und dieser Stream-Key, den wir hier oben mit angegeben haben, der ist in so eine interne Konfigurationsdatei gewandert. Aber wir wollen natürlich diesen Stream-Key bzw. das Admin-Passwort über die Owncast-Oberfläche auch änderbar machen. Dafür müssen wir jetzt diesen Stream-Key auch wieder hier raus aus dieser System-D-Service-Datei entfernen. Dafür nehmen wir den SED, den Streaming-Editor und nehmen alles weg, was nachher freifällt, Minus, Stream-Key und irgendwas steht, einfach raus. Danach müssen wir dem System-D einmal sagen, dass es hier eine Änderung gegeben hat an der Konfigurationsdatei für den Service. Das machen wir hier rüber und danach können wir den Service einmal neu starten und auch so einstellen, dass er bei jedem Neustart des Rechners, des Servers wieder mitgestartet wird. Damit hätten wir jetzt Owncast prinzipiell eingerichtet. Jetzt brauchen wir auch den Reverse-Proxy. Dafür legen wir jetzt eine Apache-Konfigurationsdatei für unsere Sub-Domain an. Da kommen jetzt verschiedene Einstellungen in diesen Virtual Host hinein, unter anderem wie der Server heißt. Das ist unsere Sub-Domain. Einmal da eintragen, einmal da eintragen. Dann ein paar Einstellungen für den Reverse-Proxy und hier Einstellungen dafür, dass jeder darauf zugreifen kann, dass jeder wirklich über diese Sub-Domain auf den Proxy-Teil zugreifen darf. Dann mit Proxy-Path und Proxy-Path-Reverse, wie jetzt die Weiterleitung sein soll. Also alles, was über die Sub-Domain reinkommt und direkt darauf einläuft, wird intern umgeleitet auf den Localhost und unseren Webport, also den Owncast. Damit ist es allerdings noch nicht getan. Wir müssen dem Apache jetzt auch noch sagen, dass diese Proxy-Module aktiviert werden müssen. Vielleicht sind die bei euch schon aktiviert, aber sicherheitshalber aktivieren wir jetzt diese ganzen einzelnen Module, damit es auch mit dem Reverse-Proxy klappt. Diese Konfigurationsdatei, die wir hier geschrieben haben, für den Apache, die ist eben auch noch nicht aktiv. Wir müssen jetzt über dieses A2N-Site, also Apache 2 Enable Site, müssen wir diese Seite auch nochmal aktivieren. Und danach auch nochmal sagen, dass der Apache neu gestartet werden soll. Denn bis jetzt sind diese Einstellungen in einer Konfigurationsdatei, die unter einem Verzeichnis liegt, wo ja Konfigurationsdateien drin sind, die zwar verfügbar sind, aber die nicht aktiviert sind. Und das Aktivieren, das machen wir durch diesen Schritt hier. Und dann müssen wir den Service auch neu starten, damit diese Änderungen auch wirksam werden. Dann kommt auch noch dazu, dass der CertBot auch nochmal gestartet werden muss, damit er jetzt für die neue Subdomain auch nochmal ein Zertifikat anfordert. Für die Subdomains, die schon drauf sind und die über Let's Encrypt ein gültiges Zertifikat ausgestellt bekommen haben, funktioniert das auch schon mal. Aber die zusätzliche Subdomain, die wollen wir auch nochmal aktivieren, damit wir die auch benutzen können. Ja, und im Anschluss gibt es denn hier Informationen dazu. Übrigens die Domain hier, darunter gibt es dann Schrägstrich Admin. Der Benutzer Admin hat das Passwort temporär folgendes. Da wird eben das Passwort eingefügt, was da zufällig ausgewählt wurde. Und dann in der Oberfläche können wir auch ein neues Passwort vorgeben. Ja, damit wir auch nochmal sehen, wie das aussieht mit dem Let's Encrypt, mit dem Erweitern von so einem Zertifikat. Also wir haben ja schon ein Zertifikat, aber wir wollen es erweitern. Habe ich da schon mal was vorbereitet? Und da habe ich einfach mal hier so einen Screenshot gemacht. Also ich rufe hier den Certbot auf mit dem Parameter. Dann gibt das hier so eine Auswahlliste mit verschiedenen Domains. Also hier weggepixelt das, was wir vorher schon hatten, wo das Zertifikat schon beisteht. Dann einmal hier für unsere Keylooks Owncast Subdomain, die ich jetzt neu angelegt habe. Das taucht dann hier automatisch mit auf. Eigentlich brauche ich dann bloß einmal Return drücken, weil ich das Zertifikat für alle hier aufgelisteten Subdomains haben möchte. Dann weitere Informationen. Letztendlich brauche ich dann bloß noch einmal E drücken. Ich möchte das vorhandene Zertifikat erweitern. Und ja, damit bin ich eigentlich schon durch. Dann gibt es hier noch ein paar weitere Informationen dazu, was da gemacht wird und so weiter. Und ja, das war's. Wie sieht das Ganze jetzt aus, wenn ich einmal diese Admin-Konsole von dem Owncast starte? Da stehen so ein paar Dinge mit drin, wie hier meine Streaming-URL. Ich habe das jetzt nicht von unserem offiziellen Server genommen, sondern ich habe das hier auf einem Raspberry Pi laufen. Einfach bloß intern. Darum steht hier jetzt eine IP-Adresse. Die Port-Adresse für meinen Stream steht da und in meinem OBS würde ich denn jetzt das hier direkt eintragen. Mein Stream-Key, das steht da drin. Den kann ich hier kopieren und dann habe ich den in der Zwischenablage und füge den im OBS ein. Dann habe ich hier noch so ein paar Sachen. Wie viele Leute gucken jetzt zu? Im Moment niemand. Läuft ja auch aktuell nichts. Da gibt es nichts zu gucken. Dann kann ich hier noch verschiedene Dinge einstellen und Benutzer und konfigurieren und Logo verteilen. Das Ganze benennen und was natürlich sinnvoll ist, wenn ich hier meine richtige URL für die Subdomain angebe, eine ordentliche Beschreibung hinterlege, das Ganze auch sinnvoll benenne. Und dann kann ich auch noch hier sagen, dass ich meinen eigenen Stream in so einem Verzeichnis für OnCast, also in dieses OnCast Directory hineingeben möchte, sodass andere Leute mich halt besser finden. Kann ich hier noch sagen, ja, vielleicht mache ich Dinge, die nicht unbedingt so für die Arbeit gut sind. Also hier Adult-Content. Also ihr wisst schon, was damit gemeint ist, ist bei unseren Dinox-Tagen eher nicht der Fall. Dann habe ich auch nur die Möglichkeit, hier weitere Dinge einzustellen. Hier kann ich den Stream-Key und damit auch gleichzeitig mein Admin-Passwort ändern. Dann fahrt zu dem FF-MPEG, wird gebraucht für verschiedene Sachen zum Transkodieren, zum Beispiel von Videoströmen. Meine Port-Adressen, also alles das, was ich schon angegeben habe in dieser Service-Datei, in der System-D-Service-Datei, das kann ich hier auch nochmal anpassen. Wobei Werte, die dort vorgegeben sind, sich hier drüber nicht ändern lassen. Dann habe ich hier diese Seite, wo ich noch zusätzliche Varianten von meinem Videostream berechnen lassen kann. Was OBS direkt reingibt in das OwnCast, das kann man, ja, wenn man möchte, nochmal anpassen für verschiedene Geräte. Hier kann ich denn, ja, die Qualität festlegen. Höhere Qualität bedeutet halt mehr CPU bzw. GPU, je nachdem, was ihr für ein System da habt. Einige Grafikkarten können auch komprimieren oder in einigen CPUs sind auch Funktionen drin, dass das neu komprimieren direkt in Hardware stattfindet. Also das ist deutlich effizienter, als wenn das nun direkt in Software gemacht würde. Und wir können auch noch vorgeben, wie hoch die Qualität sein soll in Kilobit. Je nachdem, für welche Plattform man das letztendlich haben möchte. Für Systeme, die mit einem schlechten DSL angebunden sind, muss man den halt runtergehen. Und kann man auch noch sagen, man möchte hier eine andere Auflösung haben. Wenn man, ja, keine Ahnung, also nicht Full HD, sondern halt kleiner haben möchte, dann kann man das hier auch noch mitmachen. Ja, und man kann das auch wohl direkt hier durchleiten, aber das muss nicht unbedingt funktionieren. Also man hat hier eine Menge an Optionen, wie man zusätzliche Videoprofile erstellen kann. Muss man halt ausprobieren, wie gut das alles klappt. Oder vielleicht gibt es irgendwo im Internet auch ein paar Tutorials dazu, wie man das am besten einstellt für verschiedene Endgeräte. Ja, dann können wir noch ein paar Sachen zum Chat einstellen. Ich habe mich damit noch nicht wirklich befasst. Man kann es auch an irgendwelche sozialen Medien anbinden. Habe ich mir auch noch nicht angeguckt, wie das funktioniert. Aber so, dass da irgendwie Statusnachrichten ausgetauscht werden. Und hier kann man noch gucken, wie das ist mit der Auslastung von CPU, Arbeitsspeicher und der verbauten Platte da drin. Das Ganze läuft jetzt auf einem Raspberry Pi 4. Also der tut im Moment nichts. Läuft ja auch nichts drauf. Also kein Stream ist da mit dabei im Moment. Also von daher wird da nichts umgerechnet oder sonst was. Der tut im Moment gar nichts. Hier kann ich auch noch mal gucken, wie die Auslastung ist. Ja, und Logdateien. Ja, steht auch so ein bisschen mit bei, wann das Ding gestartet wurde und so weiter und so fort. Ja, das ist letztendlich die Oberfläche dafür. Wenn wir uns den Player jetzt noch mal angucken, also direkt auf die URL zugreifen, sieht das erst mal so aus. Es läuft im Moment noch nichts. Ansonsten hätte ich hier so ein kleines Fensterchen, wo das Video drin laufen würde oder vielmehr der Stream laufen würde. Und rechts daneben hätte ich dann mein Live-Chat. Und hier oben kann ich mir einen Namen aussuchen und dann damit chatten. Ja, das ist es auch dieses Mal gewesen. Das war einmal Uncast, wie wir das für unsere Kilo, Open Source und Linux Tage wahrscheinlich in der einen oder anderen Form verwenden werden. Als zusätzliche Plattform für alle, die nun kein YouTube und kein Twitch werden, wir wahrscheinlich auch machen, kein Twitch mögen. Die kommen halt direkt zu uns und da werden wir verschiedene Räume haben, in denen es denn die Vorträge gibt. Zum einen die Vorträge, die hoffentlich vor Ort stattfinden werden, die wollen wir live streamen. Und die anderen Online-Vorträge, die es halt eben bloß online gibt, die gibt es denn halt auch über Uncast als zusätzlichen Kanal. Ja, dann abonnieren, hier Glocke drücken und ansonsten bis zum nächsten Mal. Wenn ihr Lust habt, kommt natürlich bei den Kilo Open Source und Linux Tagen vom 15. bis zum 17. September, lese ich gerade ab, vorbei. Entweder vor Ort, wenn es vor Ort stattfinden darf, wir werden es sehen, wie die Lage dann ist im September oder nehmt halt online teil, zum Beispiel über wahrscheinlich Uncast. Ja, bis dann und tschüss. Ich bin der Hauptentwickler vom Software-Verteilungssystem M23. Und daneben biete ich eben auch verschiedene Dienstleistungen an, zur M23 natürlich, zu Linux und freie Software. Ich entwickle Software in diversen Programmiersprachen, ich administriere, ich biete jetzt auch Premium-Online-Schulung an, Support und Beratung zu quasi allem, was irgendwie mit Linux und Open Source zu tun hat. Im Laufe der Zeit ist auch ein Handbuch entstanden aus diversen Workshops, das Administration von Debian & Co. im Textmodus heißt. Seit neuestem biete ich auch individuelle Premium-Online-Schulungen an. Die können zu verschiedenen Wunschthemen aus dem Linux Open Source Bereich sein, wie zum Beispiel M23 für Entwickler oder eben auch für Administratoren. Dann Administration von verschiedenen Distributionen zum Thema Sicherheit, Free-IPA, Paketmanagement und so weiter und so fort. Da habe ich eine Menge gemacht. Oder eben auch zum Thema Entwicklung. Das kann Pakete bauen sein oder Skriptprogrammierung, Grundlagen von C++ oder ja, diversen anderen Dingen mehr. Sollte das Ganze noch nicht interessant genug sein, so können wir daraus auch ein Online-Escape-Game machen. Dazu habe ich so ein Szenario entwickelt mit Sound-Effekten und je nachdem, worum es in eurer individuellen Schulung gehen soll, kommen da auch spezielle Rätsel dazu, die genau dazu passen. Fragt da einfach mal nach. Wenn ihr Interesse habt, dann könnt ihr mein Kontaktformular nehmen und einfach mal fragen, ob wir da was zusammen machen können, ob ihr irgendwie Dienstleistung von mir haben möchtet, Schulung oder was zu M23 wissen wollt.